Hallo. Hallo. Ich würde gern was umtauschen. Und zwar dieses Oberteil hier. Haben Sie den Bon dazu? Bitteschön. Darf ich fragen, was damit nicht stimmt? Passt leider nicht. Dann dürfen Sie sich gerne eine andere Größe aussuchen. Nee, ich hätte einfach gern das Geld zurück. Bargeld ist leider nicht möglich. Sie können einen Gutschein bekommen oder sich etwas anderes aussuchen. Ich möchte aber keinen Gutschein. Und ich möchte mir auch nichts anderes aussuchen. Ich hätte einfach gern mein Geld zurück. Das geht leider nicht. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Machen wir nicht. Steht doch da. Umtausch nur gegen Gutschein. Es ist ja schön, dass das da steht. Ich hätte aber trotzdem gern mein Geld zurück. Leider nur ein Gutschein. Das werden wir ja sehen. Ich komme wieder. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich komme wieder. Spielen. Das kann die Stunden lang. Also? Wie sieht's aus? Mein Mann! Ben! Der liegt hier irgendwo! Ach Gott! Die Arme! Wann haben Sie ihn denn verloren? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus?